Ah, super, es geht. Friday. Let's. Warte, wie heißt das nochmal? So, genau so heißt es, okay. Ähm, ah, so. So, ich würde mir gerne mal ihr was angucken. Hm, okay. So, das kann nicht gut werden. Nein. Ja. Ja, okay, der hat auch Tisskiss, ja. Hallo, ich wünsche euch einen schönen Feierabend, einen schönen Abend. Habt ihr zwölfjährigen oder zehnjährigen, kein Respekt für Eltern, ich könnte locker deine Mutter sein. Und du sagst ja, oh shit und what the fuck und sowas, hast du keinen Respekt. Leute, ich habe hier einen Müsse-Riegel gegessen und ich schmeiße jetzt das Papi hin, gegen Greta, für Fortnite, für Fortnite gegen Greta. Ja, mein Auto, Flockdown, 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 Hesse, Sibirien. Ja, hallo, können Sie mir sagen... Oh, ein Flopper, okay. Das kann ich machen, die haben es gerade 13 Minuten. Man, die sind irgendwie nicht so cringe genug. Ich muss schon ein Hardcore Low Death, ähm, cringe sein. Mal sehen. Ich, nee, sieht aus wie eine Frau oder was, also, 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 da hast du dich mit jemandem verwechselt, vielleicht meinst du irgendwie, deine Freundin oder so, also. Also, bist du eigentlich komplett behindert? Du bist Locker, die fifth? Du bist Locker, die fifth, ähm, genau, 15, oder 14, also 15 eher. Und er weiß nicht, was Jungfrau heißt. Ich bin doch keine Frau, also, und jung bin ich auch nicht. Wenn du mich fickst, fick ich dich zurück zu Opfer. Oma, 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 Oma. Ja, was willst du denn, die ungefütterte Bergziege? Das ist denn dauernd cringe. Ich mein, hä? Ich bekomme es mit Senz. Ich bekomme es mit Mario. Oh Gott, lass dich. Von mir auf mit Ketchup schmeckt mir genauso. Soll ich dir was sagen? Fixi Hartmann gibt's gar nicht, weil ich hab schon mal in einem Live, hab ich gesehen, grüß mal den und den und das war Fixi Hartmann. Und ich hab auch schon mal mehrmals das sowas gesehen, also grüße ich den nicht, bei denen es auch leider nicht gibt. Sorry. Warum ist zu sehr tolle Hose? Noch gar nicht, obwohl es in der Wohnung vielmehr üblich ist, dass man zum Sex arbeitet. Oh, Hilfe. Für was? Junge, schämt. Schreib mal mit Essfrauen, den ich mit ziehe. Für was sollen wir uns schämen, Alter? Junge, ich schwöre, ich kaufe dir einen Duden, Alter. Ihre hässige Oma würde sich dafür sch... Oh Gott, ist das cringe. Oh Gott. Ich weiß nicht. Wie schlimm das eigentlich sein kann. Das ist... Oh Gott, Alter. Hör mal. Wenn es irgendwelche Spastis wiederkommt, mhm, dass sie ihren Körper haben. Aber wenn sie so sprechen und so aussieht, dann ist es einfach Maximum cringe. Schäme, Alter. Ja, also das Schreibseite, dass du dich nicht mal richtig kammisch haltet. Nicht passen hier. Alter, halt die Fresse. Das sieht so aus. Piercings in die Fresse, wie sie nur Werkzeugkasten. Das ist nur noch richtig hässlich geschminkt. Ey, no shit. Aber wie cringe kann man eigentlich sein? Richtig, richtig deutsch kannst du ja. Dinger, was ist denn jetzt los, Alter? Oh, also ich sag euch ehrlich, der Nudelauflauf brennt. Neuer Sound für schlechte Tiktoks. Kotz. Wirk. Brech. Brr. Lipp. Nein, Spaß. Alle sind toll. Ah ja. Leute, ich muss euch was zeigen, aber ihr dürft es echt nicht weiterschicken. Mir ist es echt peinlich. Hallo, du bist jetzt hier ja gerade draußen und schminken uns. Hier. Was sagst du dazu? Quench, Leute, quench. Was ist das denn? Sad. Was ist das? Aua. Sad. Was ist das denn? Ist das ein Schokoei? Sad. Mama, weißt du, wo mein Waschlappen ist? Der ist Zigarettenziehen. Ist die eigentlich komplett behindert? Oh Gott. Schlimmer geht's ja wohl nicht, oder? Oh Mann. Ist das so schade. Ja, ist einfach so schade. Zigaretten? Alter, im Ernst. Mein Bruder auf einer Party ist. Der B... Mein Bruder auf einer Party ist. Mein Bruder auf einer Party ist. Oh Gott. Das hört sich schon wieder nicht gesund an. Ich bin so ein... Keine Ahnung. Das hört sich auch wie so ein 7-Jähriger. Der... Versucht ein Meme. Äh... Selfmade zu machen. So richtig scheiß zu machen. Gar kein scheiß. Aber da hat sich gefühlt, kommt ja noch. Aha. Schazam seh ich hier. Fast wie ich auf der Party bin. Boom shakalaka boom shakalaka boom shakalaka... Oh Gott. Also ich bekomme einen Herzinfarkt von so einer Scheiße. Ganz im Ernst. Das ist halt nie auf 31 Prozent geladen. Okay, mach mal die Mucke an Schuhschmecke wie geht's. Oh Gott. Der vollkommene Cringe kommt immer erst, wenn du dich pausierst. Der ist Zigaretten ziehen. Mein Bruder auf. Der ist Zigaretten ziehen. Mein Bruder auf der Party ist. Fast wie ich auf der Party bin. Boom shakalaka boom shakalaka hey mach mal die Mucke an Schuhschmecke wie geht's. Schuhschmecke wie geht's. Boom. Oh. Ah. Ah. Ich weiß echt nicht, was ich zu TikTok eigentlich sagen muss. Muss man zu TikTok eigentlich noch irgendwas sagen? Da muss man sich einfach direkt aus dem Fenster schlaßen. Ich weiß, ich kenne den Unterschied nicht. Willst du auch so ein Bomben? Was du damit erziehen würdest, dass du mein ganzes Gesicht nicht siehst. Ich habe so Auge, damit ich das noch sehen kann. Das macht Sinn. Das ist doch gut. Das ist doch nicht mehr so gut. Aber, aber, ja. Aber, ja. Aber, ja. Boop. Ah, gerne. Das ist doch nicht mehr so gut. Und da sieht man so gut aus, dass man sagt, dass man diese Packung durch die halbe Wohnung wirst. Und vollkommen aussiehst, als würdest du gerade auf irgendwie Dancewake tanzen oder irgendwie so. Oh, ja. Wie ist das? Was ist falsch mit dir? Oh, Gott. das video ging jetzt drei also ich war ja nicht auch am mann abonnenten habe erst mal in er hätte ich bin ich bock am anabon meine visage zu malen oder ich würde mich auf jeden fall freuen und ich bezahle und zwar so viel wie möglich wenn ihr das nicht tut verpasst ihr meine tasse ich liebe etwas vergessen wegen dem hund der heißt pipi kaka popoloch im ernst was ist dein ernst erzählen sekunden wobei der lebenszeit verschwendet nur wegen irgendeiner scheiße die man nicht lustig findet ich weiß nicht wieso man beim tiktok gemacht hat also gut in diesen ganzen tiktok kanäle schon so abfangen so tiktok filtert es so raus von youtube und macht es so zu sagen auf tiktok so tiktok beschützt youtube für eine scheiße von irgendwelchen 40 jahre alten müttern was vergessen wegen dem hund der heißt pipi kaka popoloch genau so was so etwas sollte verboten werden nicht nur auf youtube sondern auf tiktok und auf allen social medias sollte sowas verbunden sein gibt es nur was deswegen sollte youtube erst ab 16 gemacht werden ja hallo tik tok schaltet doch den heiko jensen bitte wieder frei damit er mit uns duette machen kann ich dachte tik tok soll spaß machen nein es sollte einfach küsse ich hätte nur so tanzen sein zum tanzen oder war so aber nicht für sowas nicht für sowas bitte tik tok lasst uns doch den spaß ihr verderbt und sonst den spaß bitte bitte macht ihn doch wieder frei dass er duette mit uns machen kann habt doch ein herz für menschen bitte tik tok alle meine lieben tik tok fans ich kann wieder videos posten was ist das für ein gesicht oh mein gott da muss ich da muss ich die ich gehe kurz 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 batten w Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Notmeldung? Ich habe gerade gedacht, ich weiß, hört euch das nochmal an. Geil! Wenn ihr hier auftaucht, gibt es ein Blutbad! Ich erinnere mich irgendwie an Hitler. Ich weiß nicht, wieso, aber warum? Es tut's einfach. Ist Darlene gesund? Nein, es ist ungesund. Ach so, okay. Dann... Mann, sag's doch gleich. Wer Darlene gesund ist... Mann! Ist der überhaupt krass gewesen. Was denkst du? Natürlich trinkt es gesund. Ach, das ist gesund, ja? Boom! Der absolut wierdeste Flex, den es überhaupt gab. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich gerne esse. Das ist einmal der Limbo der Käse hier. Den esse ich sehr gerne. Ich glaube, der hat wenig Fett. Dann esse ich das gerne hier. Toll! Das ist auch voll gut. Ich esse ich und ich esse gerne Zwieseln-Mackwurst. Aua! Sieht aus wie Russisch. Essig und ich esse gerne Zwieseln-Mackwurst. Zwieseln-Mackwurst und Thunfisch. Aufstrich vom Aldi. Das esse ich gern. Und sonst esse ich nix mit Toastbrot natürlich. Toastbrot habe ich jetzt nicht da, weil es ist leer. Ja, dann kann der kuscheln. Ich liebe kuscheln. Der kann immer kommen. Ich habe keine Lust. Lasst mich in Ruhe. Okay, was ist das? Lasst mich in Ruhe. Sonst geht eure Nummer weg schon an die Polizei. Das ist Stalking. Legt auf. Oh Gott, bitte, hört auf. Ich habe schon genug Scheiße davon gehört. Mein Bruder hat ja auch so ein Ding. Und es hat jede 20 Sekunde geklingelt. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Das ist Stalking. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da schlaue. Aber egal. Okay. Wenn du jetzt abgebissen hast. Dann knall es aber richtig. Wenn du das abgebissen hast. Das war ein bisschen größer als Kinder. Und jetzt. Oh nein. Ich verstehe. Das war ein bisschen größer als Kinder. Und jetzt. Nächste Station Hannover Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Das hier ist der Ehrenbruder Mike. Hinweis. Falls Ihnen die Fahrt zu lange dauert, springen Sie einfach aus dem Fenster. Kämpfer! Huah! 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 Sogla! Ja. Ey. W-W-W-Was ist in diesen fünf Sekunden passiert? In diesen vier Sekunden ist nur Scheiße passiert. Kämpfer! Huah! Was genau passiert? Huah! 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 Sogla! Warum? 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 warum es ist voll dämonisch ja 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 aber egal hi hi zusammen ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen ich trinke jetzt lecker Kaffee wünsche euch allen einen schönen Tag bye bye zusammen tschüss natürlich kriegst du ein Moin Meister Moin Meister Oh Gott ich kann es nicht mehr hören AHHHHH ich hab's noch nie angehört Ey Leute im Ernst Nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer und geeignet OHHHHHHHHH Stell dir vor du Heiler Boah halt die Postle ARIGINAAL Mist noch neun Stunden und ich ... ... ... ... Natürlich kriegst du ein Moin Meister Moin Meister Oh Gott ich hasse es Zwei Arten von Mädchen Okay Es wird jetzt so noch entweder sexistisch ... 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 rumzickt die gechillte mit das gechillte mädchen es ist so schade einfach wenn irgendein spaß die jede männliche spaß die denkt er wüsste was frauen sind und deswegen weiß jeden ist der stereotyp nach acht und hier wird aber eben wie so was etwa alles Prozent beobachtet das ist nicht mehr einfach es ist genau wie als würde eine Frau Prozent Männer in dieser Sagen ich weiß alles über Männer es ist einfach genauso es ist diese scheiße oh nein ich kann es wirklich ansehen ok ich mache mir jetzt noch schnell Popcorn ich mache noch wie 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Danke. Okay. Ich mach jetzt irgendwas anderes. Ich weiß nicht genau, ob du es kennst oder nicht. Aber ich schreibe es dir mal in den Livestream-Chat. Ich habe es dir schon reingeschrieben. Hi. Hi. Moin Meister. Ja. Davor. Davor gibt's nichts. Das hier. Das hier. Oh, okay. Ich fress mich immer zu. 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 Okay. Dann ist wir uns echt unterhaltsam, Alter. Danke. Okay. 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 Ich fressen. Ja. Und ich fressen. Der einzige Zuschauer, ne? Wusstest du das? Bist du noch da? Hallo! 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 Ich hätt auch so gern Piccolinis, ich hab heute zum Abendessen einfach gar nichts. Wow, mach dir doch was. Ich hab nix da. So, jetzt bin ich ein bisschen gefressen. Hoffe, du hörst das. Hallo, willkommen zu meinem ASMR-Stream. Heute extra laut, ob ich meinen Freund abfacken kann. Als ob du dir das so reinpfeifst, Alter. Du drückst es dir ja richtig ins Maul, ey. Ne, ich hab grad nur da ein Ding drin. Ich geb dir kurz den Dings. Hört sich geil an. Was denn? Ich geb dir ganz kurz den Link von dem Video. Vielleicht kennst du das Video ja schon, aber ich find das Video sehr, sehr gut. Okay, sick. Das ist von einem deutschen YouTuber ist aber auf Englisch der Titel. Was denn? Wow, ist das alles vollkommen? Was denn? Hört sich. Das ist ein anderes YouTube-Video. Das ist ein anderes YouTube-Video. Das Dings hat seine eigenen Lizenzen. Und vor allem bei so einem Livestream passiert sowieso nichts. Ich glaub ein YouTuber mit einem Zuschauer kriegt sowieso keinen Strike. Bis jetzt. Also später kommt so eifers zu 1000 Views auf einmal. Das wär ja ein Mega-Boost. Ja, das wär krass. Okay. Ich will dir jetzt noch schnell das Video mal zu Ende gucken. Zehn Minuten. Okay. Tiktok Cringe. Ich hab für... Ich hab... Ich hab... Ich war dabei grad eben noch. Ich hab mich kaputt gelacht. Wie geht's so schnell bis zum Gehtnichtmehr. Oh Gott. Ich hab... Ich lasse diese Scheiße. Ganz im Ernst. Was denn? So was. Ich mein... Der tut ein purer Tiktok Cringe. Also... Da muss er jetzt nicht irgendwie ähm... Cringe dahinter schreiben. Nämlich Tiktok steht ja schon für Cringe irgendwie. Ja. Ja. Ich schäm mich durch... Ich schäm mich sofort dafür. Ich schäm mich sofort dafür. Dass ich mal auf dieser Seite war. Dass ich überhaupt jemals, dass ich überhaupt war. Das ist das Schlimmste, was es gibt, Alter. Zu wissen, dass man selber ein Tiktok ist, Alter. Oh Gott. Ich stell dich vor. Ey. 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 Ähm. Weinen zweiten Zug an alle Leuten auf Instagram. Ohja. Und dann folgen dir manche Leute einfach zurück. Oja. Und dir hat... Und er hat... Ja. ...4000 noch irgendwas, die Leute... fast 5000 gefolgt und einfach 950 Follower Geil Wie erklären sie sich diesen enormen Erfolg? Ich weiß auch nicht Hallo da wollte ich meinen Kuh Ey ich hab die ganze dieses Bild von diesem Video von vorhin noch an Das sieht so dumm aus Einfach Gurkensohn mit so nem Einfach Gurkensohn mit so nem Dings mit so nem Ananas Kopf Mit so nem Gurke Ich muss nicht Ah mein Ey du würdest nicht wissen was ich mit Gurkensohn und der Banane angestellt hab Ach Gott ne bitte komm nicht mit diesen Geschichten wieder alter Nein Das können wir im Privatschat klären Das können wir im Privatschat Das können wir jetzt nicht online besprechen Das hört uns nach dem Discord auch im Stream Ich glaub der hört uns auch im Stream alter Nein er ist überall Er ist überall Ich hab hier mal Scheiße gemacht Ja Ich hab eigentlich bisher nur ne 10 Minuten Video angeguckt Echt? Du Harko kann man sich zurückziehen Okay Ich hab einfach die Falsch ausgesprochen hab Dass ich's verbessern kann Danke Okay Tschuldi Tschuldi Magst du mir mal nen Bus hier geben? Die Verzögerung ist einfach Ist einfach over 9000 alter Ich bin schon vor 10 Minuten hab ich das gesagt und es wird jetzt mir erstmal eingeblendet alter Geil Geil Ich weiß Ich hab die Streamversorgung und mich Auf Null gestellt Ich versteh nicht was der Null ist Auf Null? Da ist einfach alles falsch Da ist einfach alles falsch gerade Also diese Falten Oh Gott Äh Kleiner Bruder guckt grad irgendwas von knapp Oh oh Cool ein Junge zu sein Äh Soweit ist es schon gekommen Soweit ist es schon gekommen Ich kann ja Wünsche übertragen machen Dann kannst du's im Ganzen ähm besser sehen Ja geil Geil ja So 60 FPS 180 60 PS Alter geil Ja 60 FPS Ja nice Deswegen kann ich ähm Äh 60 4K Na gut dann Okay 4K Aber mega Äh Was ist das? Dieser Eierkopf Oh Gott Aha Dieser Eierkopf Purer TikTok cringe Ich bin bereit Ich bin bereit AHHHHH AHHHHH Okay Ähm Kill me please Alter Alter Das ist Beldelfin Oder irgendwie sowas Das ist doch nicht Beldelfin alter Das ist doch nicht Beldelfin Was her Das ist Beldelfin Ich hab grad verstanden Das ist Beldelfin Das ist Beldelfin Und nicht Beldelfin Alter Das ist Beldelfin Wie ein Niesel Habe ich Hahahaha Ich bin ein bisschen leiser Ich bin ein bisschen leiser Fällig Ich bin ein bisschen leiser Ich bin ein bisschen leiser Ah joh So Oh Danke für alle Anika Kubinski Für alle Leute die das live mit rewatchen Kommt alle mal auf meinen Discord-Server Hahahaha Ach so soll ich Schöne Werbung reinmachen Ja Ich kann den Link eigentlich auch reinmachen Echt? Ja, keine Ahnung Aber Lass einfach Base Department Mach einfach meinen Blick in die Videobeschreibung Ja Hier lass Base Department in zusammengeführt Server machen Also das ist der Server von dir und mir Echt? Ja Bist du überhaupt drauf? Fällig Nein, ich glaub ich nicht Okay, ich lass dich ein Du kannst über das Ding Ich bin drauf Ich bin drauf auf Exklusiv Follower Sie hat nicht so viele Und sie braucht auch welche Sie macht auch den nächsten Video Versprochen Halt mal hin deine Und dafür Geben wir euch ein schönes Licht Denn für euch geht unser Licht auch Hahahaha Geben wir euch ein Ich muss los Bruder Alter Ich muss los Ich muss los Ich muss einfach nur los Dinger Warte Sie machen einfach ein Licht für ihre Follower Warte 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 Ich gebe mir Mühe um Für so ein 10.000 Ich gebe mir Mühe um so ein 20 Abos Special Wo ich nächstes Jahr erst hochladen kann und dann kommt sowas Alter Verwandter Genosse Ich werde nun aus Gründen der Nennung, äh, der Aussage, die ich beibringen möchte, nicht beitrittlich, äh, sind, des Weges ziehen. Das ist einfach Bruder muss los, ne 1000. Weil du es wissen wolltest, aber gut. Das ist einfach ALBERN, ne 9000, das sind so andere Sphären vom ALBERN, ich bin im ALBERN. Ich bin im ALBERN, das muss nur viel zu viel sein. So tief ist es! Leute, wie tief kann man das hinten? Die Menschheit ist schon nächstes so tief, wie der Mariale Graben, ganz im Ernst. Das ist so ein geiler Vergleich! Weißt du mal, was der Mariale Graben ist? Das ist der tiefste, der tiefste Punkt der Erde. Ich weiß! Ich kenne so ein Video darüber, mit diesem Ding, mit dieser einen, äh, aus Dommel oder sowas, diesem Mariano oder sowas, wie ist da einfach überall. Ja, also ganz im Ernst, ähm, no shit, aber, was wollte ich mir eigentlich sagen? Sherlock. Genau. Schlauer Mensch. Ihr seid unser Publikum. Cool, danke. Cool, herzlich zählen würde von dannen. Ey Leute, guck mal! Ne, ich bin so ganz fort- Ich bin so ganz fort, Leute, Bruder. Ich bin so, ich bin 9 Jahre alt. Ich konnte alles wie, äh. Ne, ne? Auf einmal... Alter, wie, wie, wie unaufgeräumt kann ein scheiß Zimmer sein, Alter? Guck das dir mal an! Mein Zimmer ist erkömmelt... Hä? Aufgeräumt... Wohl... Ich mein... Guck dir mal die Kabel da unten an! Die Kabel, die rasten erkömmelt aus! Wer mir sah das früher... Oder warum steht der Fernseher? Warte kurz. Oder warum... Worauf steht der Fernseher da? Das ist so ein... Das ist so ein Schreibtisch einfach. Früher... War das ganze Ding, äh, so richtig... So richtig behindert. Früher war das so, irgendwie so bei mir. Im Sommer. Alter, wie hässlich. Okay. Warte, äh, du siehst es gleich. Schau mal streamen, dann siehst du es. Ich hoffe, das... Okay, warte. Schau kurz deinen streamen. Aber nur kurz. Junge, was ist los, Digga? Gott, Leute, meine Mutter... Ich kenn den. Ich kenn den. Den kenn ich. Den kenn ich. Meine Mutter! Warte, hab mir Kohler geholt! Update. Aufdate. Junge, was los, Digga? Aufdate. Der nächste ist so gang... Was ist denn falsch? Der nächste ist so ne Legende, Alter. Der nächste ist so ne Legende. Den hab ich auf dem PC drauf. Den hab ich irgendwo in dem Discord-Server gefunden. Meine Mutter hat mir einfach erlaubt, dass ich mir wieder... Meine Mutter hat mir einfach erlaubt, dass ich mir wieder... Alter, so ne Pipi langt rum. Wer glaubt, du kommst einfach Cola drauf. Und kann ich... Dann kann ich Fortnite spielen. Und... Triefe schnell, kann ich Cola trinken. Und Trio zacken. Jippie! Das hab ich... Genau sowas. Das ist denn mit dir. Das ist einfach schon falsch. Das ist einfach schon nicht wieder moralisch. Es ist einfach so ne Pipi lang... Es ist einfach so ne Pipi lang. Es ist einfach so ne Pipi lang. Ähh, die Stimme... Oh, das spielt sie einfach fort... Oh, nein, nein. Aber hey, seine Maus sieht geil aus. So, Leute. Das ist ne Mezzo-Mix. Oh, krass. Das war ne Mezzo-Mix, Alter. Das war ne Mezzo-Mix. Und das war jetzt ich als Spezi-Trinke, Alter. Hä? Wer ist? Du spielst, äh, du spielst, ja, du... Ähm, du trinkst Spezi? Ich spiele. Ja, klar. Lol, ich, äh, trink... Spezi von live. White und Fanta, oder? Cola ist abgrundtief scheiße, ganz im Ernst. Echt? Ja. Sogar schon tiefer als Menschheit, so. Oh, dicker. In meiner Meinung. Cola-Cola-Placement direkt zerstört, Alter. Cola-Placement wird für immer zerstört. In zwei Hälften geteilt. Cola einfach komplett zerstört. Der Filalleiter von Cola springt grad noch so aus dem Fenster, Alter. Ich glaub, der kommt, der teleportiert sich in fünf Sekunden übern, äh, Zipper und wird ich mir abknallen. Wie geil. Okay. Ich weiß zwar nicht, was euch stört, aber ich kann nicht... Okay, okay. Wahrsehen. Was ist, äh, was jetzt da abgeht. Ich mach, es ist, es soll doch mal laut. Ich, was... Es ist nur eine Sache, die die Zuschauer stört. Sekunde. Ich will nicht direkt mehrere Dinge, die mich an diesen Videos stören. Hm, okay, ähm, Sekunde. So, sehr gut. Okay. Äh, ich weiß... Sekunde? Ähm, verstehe ich eure Logik nicht. Wenn ihr haten wollt, hatet andere, obwohl ich geb euch nen Fick drauf, oder hatet eure Geschwister, oder hatet von mir aus Marienkäfer, der euch auf die Stirn fliegen soll und euch mal in die Ohren kriechen sollte und mal gucken sollte, ob ihr vielleicht ein Hirn habt. Boah, einfach kommt, der zerhebt und zerstört. Es ist halt... Es ist halt... Es ist eine gute Message, aber es ist halt einfach nur die Delivery, es ist einfach komme für nach. Äh, es ist... Es ist von TikTok, also bedeutet es... Es ist... Ja, also von TikTok, deswegen ist es direkt Müll. Ja, es ist einfach so. Trash Talk, Alter. Ich war... Ich hab noch niemals... Es ist von Trash Talk. Habt ihr eigentlich... Hast du nochmal einen Real Talk? Ich hab mich schon so viel TikTok-Scheiß ansehen müssen. In der Hoffnung, dass es irgendwie lustig sein könnte, wenn ich mir ziemlich öfters purer TikTok-Critisch anhöre. Und hast du schon mal ein lustiges Vibe gehört, gesehen auf TikTok? Weil ohne Frauenhass oder so, hast du das schon mal gesehen? Nein. Also, ich hab noch nie über ein TikTok gelacht. Noch nie. Ich hab tatsächlich einmal einen, ähm, nur einen Jungen-Loswig gefunden. Die eigentlich auch ziemlich kreativ waren, so. Aber ich bin halt auch... Aber... Aber ich bin halt auch so ein sehr trauriger Mensch. Depressive Story. Das ist sie. Hm, nachgucken. Hm, was ist es? Da waren wir jetzt bis sie passiert. Okay, let's go. So. So? Okay. Äh... Ich bin so deprimiert. Oh nein. Okay. Auch nicht, was eure Erziehung... Bei eurer Erziehung allgemein falsch gelaufen ist. Boah, Alter, okay. Wenn... Wenn Leute sich haten... Was ist denn? Wenn du dich gekompelt durch in den Arsch fickst, dann deine, den User, deine Fans, die dich eigentlich auch haten, so. Die zerlegst du einfach mal in 50 Teile. Das ist einfach schade. Das hat einfach alle destroyed, Alter. Destroyer, nice house, Alter. Einfach richtig zerlegt. Wie du es gesagt hast. Ohne... Das ist... Der Typ ist ja noch gut. Oh. Er hat es geschafft. In der Schule, wie und ich aufgepasst habe, wegen der Sexualrichtung. Okay, was kommt jetzt schon wieder? Jetzt kommt irgendwie sowas... Es reicht langsam, Alter. Jetzt wird die schon wieder sexistisch. Locket die fünfst. Ähm... Okay, wir haben jetzt irgendwas mit Sexualkundeunterricht und vierter Klasse gehört. Nein, vierte Klasse eigentlich nicht, aber... Die raucht einfach. Die raucht einfach. Mal sehen. Was wird jetzt wohl rauskommen? Es gibt nicht nur Mann und Frau. Es gibt mittlerweile so viele Geschlecht... Halt die Fresse. Es gibt... Kein... Es gibt nur Mann und Frau. Ich verstehe, was du hast. Crash Center ist immer noch Mann und Frau. Ja gut. Divers. Divers. Divers ist eigentlich auch ein Misch... Masch. Ist eigentlich auch eine Mischung. Aus... Aus Mann und Frau. Also ist es ja eigentlich kein richtiges Geschlecht. Es ist ja eigentlich kein eigenes Geschlecht. Du kannst ja nicht eigentlich... Divers bleiben. Du kannst ja jetzt divers zum Beispiel keine Kinder bekommen. Also doch ein Schuld. Du kannst nicht... Entweder das ist ein Mann oder... Du kannst mit diesen Menschen nicht Kinder bekommen, weil es nicht erlaubt ist. Aber wer auch immer sagt, es gibt mehr Geschlechter. Oder... Hm. Es gibt ein Chat noch... Ähm... Das... Ähm... Ähm... Keine Ahnung... Das... Ähm... Melsibubblebableboy... Keine Ahnung... Das 36. Ähm... Gender... Das ist jetzt... Das habe ich jetzt einfach so gesagt. Und das ist jetzt so. Und ja... So. Ich bin jetzt hier einfach. Wenn ihr damit nicht klarkommt, bitteschön. Aber... Behaltet euer Kommentar für euch. Ich verstehe nicht, was ihr lertet. Na gut. Mich interessiert es eh nicht. Aber... Dann musst du doch kein ganzes TikTok darüber machen, wenn es dich nicht interessiert. Und nicht alle Menschen auf dieser gesetzten Erde destroyen. Was ist das denn, bitte? Was ist das denn gerade? Gefühlt jeden. Einfach jeden. Lass noch so einen coolen TikTok gucken. Das war richtig Mut drin, mich aufzuregen, Alter. Okay, ich habe das zweimal geöffnet, warum mein ich? Okay. Oh. Noch ein Video davon. Boah. Und... Geiler Kanal, Alter. Ja, der hat so wenig Abos. Ich mache heute mal so eine 24 Stunden Challenge. Die ganzheit nur das Kuchen am nächsten Tag, wenn ich habe einen TikTok. Mensch. Oh Gott, irgendwie habe ich jetzt... KuchenTV... Bei Abos direkt KuchenTV und Knuspert Toast, Alter. Geil. Top Germany ist auch geil. Top Germany, die du schaust den? Warte, ich habe den, glaube ich, noch hier. Ja, klar. Digga, der... Ja, klar, du hast einen abonniert, sehe ich gerade. Ja. Voll geil. Ähm... Ähm... Äh... Ja, dass man auch soll, äh... Der Runde ist für Kälter zocken. Okay. Das wird erstmal richtig gewonnen. Ich sag euch, jemand mit diesem einen Drück in die Schleppel. Diese Bilder auf TikTok also ist sehr wohl verstörend. Ja, das ist überverstörend. Ja, gut, klappt. Geil. Und genau das Programm, das ich gerade wollte. In diesem Programm bin ich so scheiße. Ganz während... Oh, wow, das kippt mir. Eine Stunde. Ich bin jetzt eigentlich auf Ska Planet gestatten, aber... Ja, gut. Ich sag mal so, ist es auch eigentlich gut. Ich sag mal so. So, was ist das? Soll ich irgendwann auch einen Zusammenschnitt machen? Äh, kannst du machen. Bro. Okay, äh... Von der Stühle? Okay, mach ich dann. Aua. Ähm... Ja, wow. Äh, die Dings hat gerade gestartet. Die Runde. Wow. Kann... Hä? Achso. Achso. Okay. Achso. Was? Ja, lang. Boah, Alter. Von diesem ganzen Spaß ist gar nicht jetzt sehen. Ja, okay. Ähm... Ich spiele nicht halt. Äh, das hier. So. Äh... 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 Boah, was ist denn das? Oh, geil. Was ist das für ein Avatar? So? Oh Mann, Dirty Maps. Oh, nee. Ich hab keine Lust auf Dirty Maps. Das ist... Scheiße. Alter, wie viele Lecks hier? Ja. Sex? Ja, extrem viele. Wollt ihr das? Aber was... Die ganze Zeit... Jetzt... Äh, kommt doch ein Pro oder Discord oder... Hm? Beides. Beides. Ich hab dich grad doppelt gehört. Ein bisschen höher. Nice. Ja, nice. In... Nintendo ist richtig gut, Alter. Meins? Meins? Ne, meins. So, das ist jetzt halt da. Ich spiel nämlich nicht mit dem Federn. Ich spiel mit dem... Meins? Ne, meins. Ne, meins. Meins. Die Hauptstadt von... Neidfals. Warte, ist das die Hauptstadt von Neidfals? Ja, ach nee. Lustig. Nein. Ah, doch, ja. Ja, ja. Oh Gott. Ich bin so ein richtiger Genius, Alter. Na, doch, ja. Schwalbex, Best of Clips, Alter. Nein. Können viel glättlichen. Best of Clips. Breaking? Okay. Äh, okay. Ich schau mir wieder... Ich hab's an. So. Was ist denn? Wie geil? Aua! Alter, warum so laut? Geiles Intro, Alter. 2001. Lutscht du auch immer? Ist das jetzt passiert, Alter? Was war das gerade? Ich hab's nicht... Was war das gerade? Warte! Ich auch nicht. Bruder, übertreib halt mit diesem lauten Intro. Hm. Mir soll's ja auch. Lutscht du auch immer? Wem sollen diese Videos niemanden... Das hast du es gerade eben gesehen? Warte. Ja. Lutscht du auch immer? Ey, was? Ey, was? Was? Einfach was? Bis das Reise kommt. Ey, was? Was? Was ist das hier die Scheiße? ich werde nun aus gründen der anwendung der aussage die ich beiträglich sind deswegen okay das alter btf das ist einfach nur verstörend alter grad krönschgänsehaut am ganzen körper alter warum dieser filter mit den augen warum warum sie unten zwei ließ warum was für die krankheit hast du bitte ich bin top gesund habe keine krankheiten habe nichts ich bin komplett gesund mache meine band mit und ja ein bisschen pappe versohlen ich hasse es ich musste fast kotzen ich muss mir gerade richtig das kotzen verdrücken ich hole mir eine decke das ist mir eis du bekommst auf einmal leberthyrose alter ja leide zu mir zwei worte ein bier was machen sie denn da das was sie mir gesagt haben nehmen sie den pimmel in die hand lösiges tic tac willkommen im internet willkommen im internet kein scheiß aber so bevor irgend einer reist so in die zukunft und sieht so und denkt so boah guck mal wir 2021 fliegende autos und wir zeigen dem das da ich habe gesagt drehen sie den schimmel ich hab was ich brauche ich hab dich und mich ein leben ohne dich nein es gibt es nicht in jeder dunkelheit bist du mein helles nicht du hast mich ich hab dich das was ich will es sieht zwar aus wie ein schwein das war eigentlich gefährlicher schlimm war das nicht grizzly bär ein das killerschwein das killerschwein wie alt ist der ist es die hitler frisur ist das sieht wirklich so aus wie oft das essen die da überhaupt Weiße Scheiße Alter Lecker Ich seh die ganze Zeit nur diesen Scheitel Alter Sieht einfach nur aus wie DJ Earth Was war das jetzt? Was? Was war das? Ich hab grad einfach nur gelaggt und dann hörst du in so einen Schuss oder so was Ich hab nichts verstanden, es hat gelaggt oder so was Ich hör irgendwas mit dem Schuss oder so Was war das gerade? Das ist gut Okay, das ist aber ekelhaft Das ist das einzigste Vibe, wo ich mal gelacht hab Wow Naja, das war echt krass Der Karma hat erst irgendwas Ich fand so scheiße Jetzt hab ich das Gefühl, dass ich bei den Feministen den Karma Plus bekommen hab Was? Was? Ich und Oli, wir kommen uns Cringe-Tiktoks an Wir haben so ne dumme Scheiße Was? Das ist einfach nur dumme Okay 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 Geile Musik Shit Hör dir das mal an Ich Wie laut Bruder 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 muss abkommen, alter Verwandter Genosse Ich werde aus Gründen der Aussage, die ich nicht beibringen möchte, nicht beiträglich sind, deswegen Sieh Hier schau dir mal an Wie laut Man muss sich schon auf 5% schicken Was ist denn, alter Die Eilung auf 5% passt Aber Hauptsache das ist Dubsnip, okay, okay Ja, das ist zumindest gut Das ist das beste an dem ganzen Video Ja Oh man Wie tief wir einfach schon gesunken sind Das ist unglaublich Oh, ich hab immer das Gefühl Ey, wieso f... Wir finden Es ist ge... Dass dieser Song von N.K. ist Warum hab ich nur das Gefühl Echt? Warte, ich kann dir so ein Song von N.K. zeigen Nein, ich... Was ist das denn, alter? Warum tanzt dieser Typ einfach so ganz hinten im Wald irgendwo? Oh, kannst du wieder Türke... Ähm... Okay Warum tanzt dieser Türke, was? Okay Hast du gerade verstanden? N.K. Zum Beispiel... Warum tanzt dieser Türke? Ich werde zum Beispiel das sagen, ähm... Ja... Boah, Digga Ja... Ja... Okay Und... Ähm... Zum Beispiel... Ähm... Neidvoll... Äh... Das ist die Strokes eigentlich Einblenden wegen... Copyright und sowas Geht schon, geht schon Ähm... Und zwar deswegen... Weil das tatsächlich auch... Äh... Ich meine... Wenn du... Wenn du das spielen würdest Dann... Dann wär das doch auch... Äh... So... Äh... Copyright so... Ja... Ja, stimmt Adops, das geht alles Und äh... Bei Newgrounds tatsächlich ist halt... Äh... Kostenlos runterladen Nice Und nein, das ist nicht äh... Illegal Es ist tatsächlich... Eine offizielle Liste... Eine offizielle... Website... Äh... Von... Ähm... Flash... Äh... Von Adobe... Also... Geil! Von Adobe was? Geil! Ja, wirklich! Von Adobe! Das wurde mit Flash Games gekodet Flash Games ist von Adobe Nice! Oh Gott! Keiner findet was dabei Nacki-dai 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 Alle sind halt Nacki-dai 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 Wegen Beleidigung Du wirst jetzt geblockt Gemeldet Wegen Beleidigung Und Homophobie Homophobie? Du bist ein Mädchen! Homophobie? Hä? Was ist denn das? Ich... Was ist das denn hier? Google mal Homophobie! Was bedeutet das? Hm... Du bist ein Mädchen! Krasse Beleidigung, Alter! Ganz immerher! Mein Gott! Wie sieht das denn hier schon wie... Ach, ich sehe vor... Was ist denn hier los?! Wie siehst du denn aus?! Mach das mal als Alert, Alter! Wenn irgendeiner dir Geld spendet, dann einfach so... Das ist ein... Wie... Von Geld spenden... Was machst du denn hier?! Oder ich will auch ein Wild-Hör-Dai-Spiel! Von fucking Geld... Von fucking Geld... Von fucking Geld... Spenden... Kann ich... Äh... 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 Kenn ich... Hier eigentlich gar nichts! Wow! Sie will doch Lichtjahre... Ja, stimmt! Ich auch nicht! Was ist denn... Warum ist der PC eigentlich so... Warum ist das so grün, wenn du... Vollbild machst? Ach so... Äh... So ein... Ähm... Bug? Bei meinem... Äh... Bildschirm? Ich weiß nicht wieso... Wahrscheinlich... Entweder am HDMI... Oder am HDMI... Die... Diese Scheiße hast du... War ich... Danke fürs Video... Bisschen Aufwuttern bevor die Schule losgeht... Ich mag deine Videos... Okay, das hört sich irgendwie... An... Wie... 90 Jahre... Wie so ein 3-Jähriger... Ja, das hört sich an wie... Äh... wie eine 40-Jährige... Egal... Das auch... Äh... also... Irgendwie so... Äh... Warte kurz... Warte kurz... Stumm... Ich hab's noch nicht gezeigt... Aber jetzt zeig ich's euch... Ha... Also ich war ja beim Früse... Und so ist jetzt... Meine Früse... Fresh... Wie ein Baby Popo... Nein... Nein... Schwarz... Guck so hier... Oh richtig blitt... Oh Gott, ist der lit... Oh... Oh... Oh scheiße... Oh scheiße... Der ist lit... Ähm... Ja klar, du hast ernst gemeint... Ja... Hast du doch... Jetzt... Ne... Hast du ernst gemeint, oder? Also... Sorry, aber... Hinter ein Faker kommt... Wir wollen wieder, ja... Scheiße... Schon gleich... Okay... Hat er 40.000 Hintergeräuschen... Also... Traurig... Okay... Ähm... Ich spiel jetzt... Vielleicht... Ich... 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 Warten... Okay... Fuck... Okay, ich geh jetzt auf... Ciao... Goodbye, Leute! Abonniert mich! Ich... Frächer 4123... Boah... So was will ich... Cut? Ja... Okay... Äh... Äh... Epische die... Z... 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 Amogus! Z... Boah... Bitte... Ich versteh... Was ist... Was ist... Was ist falsch mit euch? Okay... Okay... Ähm... Okay... Ähm... Ich... Oh god... We hammered der... We hammered... So... So... Okay... und schau jetzt richtig in den Blick rein okay mann bitte beerdet bitte beerdet Das war's für heute. 1, 2, 3, 4 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 11, 10 7, 8, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20. Okay. Okay. So? Okay. 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 hmm Aua. Na na ja. Kann ein bisschen weitergucken. Schon werden? Ah Jube! War, ist perfekt? Schon werden? Traurig. Hör auf damit, sonst wäre ich dich. Schon werden? Oh ey Berns, das sieht aus wie 5 Jahre. No joke. Ah Jube! War, ist perfekt? Ja. Ja, ist gut so? Angenehm? Ja. Geht jetzt? Wir sind bei City Döner. Auf jeden Fall. Mein Bruder. Gönnt sich das hier. Was machst du? Oha, belügt dich. Oha, die Leute denken auch ein bisschen weniger. Ja. Ich kenne mir diese. Oha, die ist gut. Meine Mutter gönnt sich einen Salat. Also eine Kuh ist. Hey Hater. Jetzt mal was anderes. Denkt ihr, ihr seid die Besten vom Besten? Es gibt jeder Mensch. Jeder Mensch ist anders da. Keiner ist gleich. Und ich bin auch nicht gerade dünn. Aber lasst uns gehen. Leute, hier ist mein Freund. Sein Traum ist ein Fortnite-Profi zu werden. Er ist schon richtig gut. Er spielt zwar erst seit Chapter 2, Season 1. Aber guck mal, wie gut der schon spielt. Er hat sogar schon 160 Euro Earnings. 5.000 Arena-Punkte. Hallo. Habt ihr Bock, in unseren Fischiklang reinzukommen? Dafür müsst ihr nur ein 1 gegen 1 gegen mich machen. Falls ihr das nicht schaffen solltet, müsst ihr einfach nur in einem Modus eurer Wahl, außer Gruppenkeile, mindestens 5 Kills machen. Was ihr beachten müsst. Wenn euch jemand beleidigt, müsst ihr zu den Chefs kommen. Und dann wird dieser direkt gekippt. Ich bin ein Fortnite-Girl in meiner Fortnite-Map. Skins und Backblinks, die sind zu heftig. Ich will immer mehr von diesem krassen V-Bucks. In dieser Runde hole ich den Win-Ya. Lass mal Gutschein. Lass mal nach McDonalds. Happy Meal. Happy Meal. Nee, lass mal sein. Ich brauche jetzt nicht nach McDonalds. Hab ja noch genug hier von Happy Meal. Ja, genau. Juju. Hey Leute, ich habe einen Durstlöser getränkt. Krass, das ist ein Himbeeren. Und das ist so lecker, Leute. Oh mein Gott, Leute. Ich hab die ganze Kohle ausgetrunken. Und jetzt habe ich Bauchweh. Menno. Schreibt in die Kommentare, was ich tun soll, damit ich kein Bauchweh mehr hab. Ich bin so voll. Vielleicht drinkt dann auch so was. Was trägt denn auch so was? Shit. Shut the fuck up. Ich wollte das nicht, ich wollte es nur ganz erlachen Oh Gott Willst du eine Banane? No, 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 ich will keine Banane La, 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 willst du eine Banane? No, 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 ich will keine Banane Guten Morgen meine lieben Leute, ciao Go ahead baby girl, I dare you Böse 7, Klasse A Ihr sollt den Dominik in Ruhe lassen, die Etche in Ruhe lassen Die Sophia in Ruhe lassen und den Dominik Weil das geht so nicht Die können nicht andauernd von euch so geärgert werden Nehmt euch ein Beispiel für einen Sandkasten Wo andere Leute sind, die mit Was, hä? In Ruhe lassen, Klasse A Go ahead baby girl Böse 7, Klasse A Ihr sollt den Dominik Oh, was? In Ruhe lassen, die Etche in Ruhe lassen, die Sophia in Ruhe lassen und den Dominik Weil das geht so nicht Die können nicht andauernd von euch so geärgert werden Nehmt euch ein Beispiel für einen Sandkasten, wo andere Leute sind, die mit euch so umgehen würden Sonst kriegt ihr wirklich mal bald den Salat Ganz böse bin ich Arten von Würmer Der normale Wurm Lalalala, ich bin ein Wurm, ich bin ein Wurm, ich bin ein Wurm Alle Leute denken, du wärst behindert Der heftige Wurm, der tanzen kann Ja, ich bin ein Wurm, 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 ja, ich bin ein Wurm Mein Bein blühtet Ja Oh krass, das ist so kein Mensch Wir haben jetzt Mein Bein blühtet Ja, das ist so kein Mensch Okay, das ist, das ist richtig gut gewesen Das Äh, wir haben jetzt X mit von Claystation Karten Falls einer anmächte, guck, schon noch nicht aufgerubbelt Wenn er haben möchte, schreibt einfach Ja, 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 tschüss Nackenklatze hättest du verdient an meiner Räume Oder Kölner Dumme in deiner Arche an meiner Räume Das hättest du auch verdient Wer bist du an meiner Räume, was du schreiben kannst, wie redet die bitte Ich rede so, wie ich reden will Weil ich bin ich Und ich, ich bin du Oh Mann, ich werd nie im Leben wieder ein Bier trinken Bier, ich nehm 10 Okay, ich kann es mir vor- okay Okay, was ist denn das? Okay? 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 Okay, die erste Sorge ist gut da steht gute nacht 1 uhr 42 und nachen lassen meine gute nacht liebe leute und schlaf schön sagt er inzwischen komplett behindert geworden die du stehst 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 ich waschen du stehst auch die ist gut darfst du tragen ich bin reinigungskraft ok ich hoffe ich nicht gefallen und wird mein diskurs rösten sich auf die arme beim Hände waschen runter. Jetzt. Das ist am 1 Uhr noch. Wenn ihr euch die Hände waschen. Ciao.